Stranger of Paradise Final Fantasy Origin bekommt eine zweite Gratis-Demo. Wir konnten bereits spielen und haben nur eine Empfehlung. Probiert es aus. Auch ohne JRPG-Erfahrung ist das auf PS5 nämlich nicht nur ein Augenöffner, sondern schöpft auch die ganze Power der neuen Hardware aus. Und es spielt sich intuitiv, herausfordernd und belohnend. Was uns besonders beeindruckt hat, mit nur einem Druck aufs Touchpad könnt ihr an bestimmten Punkten mancher Level quasi sofort das Wetter ändern und damit neue Wege offenbaren. Ein bisschen wie die nahezu nahtlosen Dimensionswechsel bei Ratchet & Rift Apart. Danke, ultraschnelle SSD! Dazu ein JRPG-typisches Kampfsystem, das Insider natürlich auch an Final Fantasy VII Remake erinnert. Das Level-Design, die versteckenden Truhen und die brachialen Finisher haben bei uns aber auch ziemlich starke God of War-Vibes ausgelöst. Also, nichts wie in den Store und die zweite Demo für Stranger of Paradise Final Fantasy Origin runterladen. Kostenlos und bis zum 11. Oktober verfügbar. Wir sind dabei. Was ist mit euch? I'm coming to.